Säfonie, Zeit der Engel von Jennifer Wolf Der Himmel ist in Gefahr. Es tobt ein ewiger Kampf zwischen Gut und Böse. Als Kikis Großmutter stirbt, bricht für sie eine Welt zusammen. Von Trauer erfüllt muss sie gegen ihren Willen in ein abgelegenes Internat ziehen. Dort fühlt sie sich sehr einsam. Es fällt ihr schwer, neue Freundschaften zu schließen. Eines Nachts trifft sie Raphael. Wer ist dieser mysteriöse junge Mann, der sie in heftige Verwirrung stürzt? Und was hat es mit der Engelsfigur auf sich, die ihre Großmutter Kiki hinterließ? Kiki wird in einen Konflikt hineingezogen, der größere Ausmaße annimmt, als sie sich jemals hätte vorstellen können. Welches Geheimnis verbirgt Raphael vor ihr? Säfonie, Zeit der Engel von Jennifer Wolf Ab April 2014 im Buchshaus Verlag als Taschenbuch und E-Book Ab April 2014 im Buchshaus Verlag als Taschenbuch K dragen und E-Book D Vielen Dank.